Frenkel frottelt. Heute. Let's play Harald Frenkel in Max Payne 3. Jedenfalls habe ich jetzt mir gedacht, damit ich wenigstens etwas Neues biete, spiele ich jetzt mal eine große Deathmatch-Karte. Das Problem ist nur, ich glaube, es ist keiner da. Moment. Wo kann ich das gucken? Na toll, wir sind zu zweit auf einer großen Karte. Na, das ist ja super. Ja, dann zeige ich euch halt mal ein One-on-One heute. Wie ich wahrscheinlich tierisch vernichtet werde. Außer ich habe Glück und der Typ ist noch schlechter als ich. Das wäre natürlich klasse. Hallo. Naja. Kann da meine Figur ja noch ein bisschen bewundern. Okay, irgendwas hat geknallt, gescheppert. Da drüben, ne? Ah, da. Wo ist er denn? Was macht denn der da oben? Der verarscht mich, oder? Das ist ja wie der Hunter. Mann gegen Bär. Na toll, ich treffe immer noch genau die Stange da. Das ist ja auch sehr erfolgreich. Ja. Schön. Mit was ballert denn der da? Ah, jetzt kommt noch ein dritter dazu, offensichtlich. Na, kriegen wir doch noch Besuch. Das wäre ja schön. Ach, da ist er. Der Gegner. Der andere Gegner. Der dritte. Kommt, stirb! Jawohl! Hab ich geschafft, ey! Bin ich fast der Tote, aber bin ich überlebte. So. Sind sie natürlich alle stinkig auf mich. Was ist denn hier los? Haben die irgendwie vereinbart, mich gewinnen zu lassen, oder was? Oder bin ich jetzt irgendwie in der Behindertenwerkstätte gelandet? Also, auf dem Server mit einer Behindertenwerkstätte? Keine Ahnung. Irgendwie kommt mir das Spanisch vor. Spanisch! Na also, ich dachte schon. Ich dachte schon, die verarschen mich und lassen mich gewinnen, oder so. Gut. Jetzt wird es langsam ein bisschen voll hier, glaube ich. Da ist ein bisschen mehr los. Das ist doch sehr schön. Ärgernd tut es mich trotzdem, dass ich nur Deathmatch mit meiner Figur spielen kann. Das ist ein bisschen blöd. Das hätte ich mir besser vorgestellt. So, noch eine Hilfestellung. Für was auch immer. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht gerade. Ich dachte eigentlich, dass auf so einer großen Map mehr los ist, als auf einer kleinen. Hm. So kann man sich täuschen. So, wo sind wir denn? Ah, da könnte ich den plündern, den Typen. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Ja! Was immer das auch bringt. Ich habe es noch nicht kapiert. Immer noch nicht. Na, wo ist er denn, der Arsch? Jetzt hat er sich versteckt, hm? Ja, du Blödmann. Ah! Ah! Huch! Von der anderen Seite. Ah, Mist! Fast hätte ich es noch überlebt, ey. Mann! Dreck aus der Hölle! Wo schießt ihr denn jetzt hin? Komm! Nachladen! Schneller! Ach, Mann! So, der kommt jetzt da ums Eck wahrscheinlich. Irgendwann kommt er ums Eck! Ja, ne Hilfestellung hab ich mir abgeholt. Ach, war das meine eigene Granate? Ja, wahrscheinlich. Zweifel ja. Sieht, sie waren fertig, mit den Kindergarten zu spielen. Da ist da. Ja, Mann! Ja, Mann! Ach, Mann! Da war keine Liebe verloren. Das läuft ja eigentlich ganz gut, wa? Wo seid ihr? Ah, schade. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Na komm raus! Ach, wieder nur eine Hilfestellung. So ein Mist. Ich sollte mir angewöhnen, vielleicht ein bisschen mehr auf das Radar zu gucken. Aber es ist blöd, dann sehe ich wieder nicht, was auf dem großen Bildschirm passiert. Ah, ich bin so alt! Ah, wie hüpfe ich denn wieder rum hier? Wie ein gestörter. So, jetzt läuft es aber noch. Moment. Schießwütig, kann ich das jetzt aktivieren? Da war doch einer. Warum ist denn der jetzt nicht tot? Der da oben. Ach man. Am Anfang haben sie mich reinkommen lassen, ja. Und jetzt... Jetzt machen sie plötzlich ernst. Das habe ich gern. So, da komme ich nicht rein. Da komme ich nur da hoch. Ach Mist, von hinten. Von hinten kann ich es gar nicht leiden, Leute. Damit das mal klar ist. Hallo? Burschen, wo seid ihr? Mann, Mann, Mann. Ist das alles aufregend hier. Ein Geballerer und ich sehe niemanden. Kann doch nicht wahr sein, oder? Etwas Adrenalin. Naja, gut. Hä? Was? Wie? Wo? Also, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Oh, ich bin in den Rang aufgestiegen. Oh, leee. Na, komm raus. Komm raus. Du warst doch da oben. Ich habe es doch gesehen. Ach, Mist. Ich glaube, jetzt hat er nachgeladen. Das ist ein bisschen unklug. Da sollte man vielleicht zwischendurch auch mal drauf achten. Das ist alles ein bisschen viel für so einen alten Mann. Aua! So. Ah! Du Sau! Du Sau! Du Sau! Jetzt hat es so gut angefangen. Und jetzt lose ich wieder ab hier. Wo ist denn der Blödmann? Jetzt ist mal richtig viel los hier. Jawohl, ein Kill. Das ist gut. Ja, okay. Ja, ich schmeiße die Granaten manchmal so ein bisschen auf sehr auf Verdacht. Ich weiß. Aber ich habe Angst, dass ich sie nicht los werde. Dass ich immer vorher schon sterbe. Und das passiert ja auch meistens leider. Das war doch schon wieder eine Frau, oder? Was haben die Frauen eigentlich gegen mich? Oh, ich habe wieder so einen schießwürtig Burst offensichtlich. Wann kann ich den anwenden? Wenn ich einen Gegner finde, oder? Hallo, Gegner. Ich brauche euch. Ich habe gerade einen Burst. Einen Burst Day. Hallo. Kann doch nicht wahr sein. Warum ist denn da keiner? Sie haben entschieden, ihre Hardware zu upgraden. Hä? Ha! Ha, ha, ha! Mist! Mist, 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 Mist. Das lief ja gar nicht mehr so gut jetzt, ne? Komm, bleib da, Junge! Ach, Mist! Yes! War leider nur eine Hilfestellung. Ach, Mann! Das von hinten, dass das überhaupt erlaubt ist. Ach, Mist! Nochmal umgebracht! Verdammt, verdammt! Naja. Verloren! Sag dich so einfach. Verloren! So, so. Du bist also der Top-Spieler. Ja, also nochmal die Frage. Warum kann ich meinen Charakter nur als Deathmatch-Charakter einstellen? Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Weil ich doch ganz gerne auch die anderen Modi mit meiner Figur spielen würde. Also bitte Lösungsvorschläge einfach unten in die Kommentare. Und dann bitte gleich noch ein paar Trost-Likes, wenn es geht, ja? Ihr wisst schon, Daumen hoch, gefällt mir, klicken. So, jetzt gucken wir uns das Ergebnis noch an. Und dann ist es erstmal Feierabend für heute. Ach ja, in den Rang bin ich aufgestiegen. Das ist ja cool. Ha! Ha! Na ja! Nicht mal letzter. Das ist aber erstmal ein gutes Ziel. Und ein neuer Rang. Hurra! Das ist ja cool. chick! Vielen Dank.